Hallo und vor allem Hallo, Sie haben Probleme, wenn Ihr Druck sind. Schönen Gruß an die Firma Epson nach Japan. Es ist so, es ist nie, wirklich nie der Druck verschoben. Es geht mir so, dass der Anwender ein Depp ist und alles prinzipiell mal falsch macht. Also Drucken. Weil dieses Gerät ja ein Gerät ist, das Drucken tun. Sie sehen also ja keine Gewalt. Probleme mit Gewalt. Probleme mit Gewalt. Drucken. Sie sehen, jetzt ist es eigentlich schon billiger. Sehen Sie? Hier müssen Sie sich anpacken. So. Und schon kommt Licht in die Sache. Was? Problemen mit Gewalt. Drucken. Die Schmutz. Probleme mit Gewalt. Das war's für heute. Das war's für heute.